Oh mein Gott, wir bewerten ja Süßigkeit der Schokolade. Mars, Mars ist geil. Drei. Bounty, boah. Bounty auf die Eins. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Bounty auf die Eins. Was das darf? Ist das diese Seife? Seit wann gibt es Seife als Schokolade? Acht, weg. Mickey, ähm, äh, Mickey. Äh, Milky Way. Boah, fünf. Was ist das? Galaxy. Kriege ich jetzt, wenn ich live gehe, später ein Galaxy von jemand? Wäre gut. Sieben. Was ist das für ein Ding? Sechs. Twix. Oh, Twix ist auch geil. Ist das besser wie Mars? Nee, oder? Äh, vier. Snickers auf die zwei. Jawohl. Und geht der Filter weiter? Wird doch alles aussortiert. Woolle sich jetzt mit mir hinzieht, dann bin ich drin. Ich bin hier.